Die Wahrheit der Beendigung des Leids Die dritte edle Wahrheit ist die Wahrheit der Beendigung. Die wichtigsten Fragen, die wir uns hier zu stellen haben, sind folgende. Was ist unter Nirvana zu verstehen? Was ist unter Moksha oder Befreiung zu verstehen? Was ist mit Niroda oder Beendigung gemeint? Und ist Beendigung wirklich möglich? Würde die Antwort lauten, dass Befreiung möglich ist, weil Buddha in den Schriften darüber gesprochen hat, wäre dies eine unbefriedigende Antwort. Der Meister Arya Deva erwähnt in seinen 400 Versen des Mittleren Weges, dass man sich der absoluten Natur der Wirklichkeit oder der Phänomene der Leerheit durch kritische Analyse und Untersuchung annähern kann. Ein Verständnis der Leerheit hängt nicht einzig und allein davon ab, dass man sich auf die Autorität der Schriften verlässt. Der Buddhismus legt dar, dass es eine Gruppe von Phänomenen gibt, die sich manifestiert und von uns direkt wahrgenommen werden kann. Hier besteht keine Notwendigkeit für einen logischen Beweis ihrer Existenz. Eine zweite Gruppe von Phänomenen ist unserer Wahrnehmung nicht direkt zugänglich, aber wir können ihre Existenz durch logische Schlussfolgerungen ableiten. Diese Gruppe wird als versteckte Phänomene bezeichnet und in diese zweite Gruppe gehört auch die Leerheit. Da wir die Wahrheit der Leerheit ableiten können, müssen wir annehmen, dass Befreiung ebenfalls durch logische Schlussfolgerungen abgeleitet werden kann. Der Meister Nagarjuna sagt, dass ein wirkliches Verständnis der Befreiung auf einem Verständnis der Leerheit basieren sollte, weil Befreiung nichts anderes als die vollständige Beseitigung, sprich Beendigung der Verblendungen und des Leids durch die Erkenntnis der Leerheit ist. Im Buddhismus hängt Befreiung deshalb sehr eng mit der Leerheit zusammen und ebenso wie sich Leerheit ableiten lässt, lässt sich auch Befreiung ableiten. In dem Text Abisamaya Alamkara von Maitreya gibt es einen Abschnitt, der sich mit der dritten edlen Wahrheit befasst und in dem wegen dieser äußerst engen Beziehung zwischen Leerheit und Befreiung 16 Arten von Leerheit ausführlich beschrieben werden. Die Tatsache, dass Befreiung eine absolute Wahrheit darstellt und deshalb mit der Leerheit in Verbindung steht, wird auch in den Werken des Meisters Chandrakirti ausführlich beschrieben. Es scheint, als hätte die Annahme, dass Befreiung möglich ist, die Funktion zu erhellen, wie gut wir die Leerheit verstehen. Leerheit Vier Interpretationen des Nicht-Selbst oder der Leerheit Wenn im Buddhismus von Leerheit gesprochen wird, ist damit immer die Abwesenheit oder das Fehlen von etwas gemeint. Es ist eine Art von Verneinung. Die Auffassung von der Nicht-Existenz des Selbst ist ebenfalls eine Art von Verneinung. Was ist der Grund für dieses hartnäckige Bestehen auf einer kategorischen Verneinung? Werfen wir noch einmal einen Blick auf die Erfahrungen, die wir machen. Nehmen wir an, ich hätte eine bestimmte Angst, die sich auf dem Verdacht gründet, dass es ganz in der Nähe etwas Bedrohliches gibt. Vielleicht kommt mir der Gedanke, dass ich mich irre und dass es sich lediglich um eine Projektion meinerseits handelt. Das kann meine Angst verringern, aber sie wird dadurch nicht vollständig beseitigt. Wenn ich hingegen voll und ganz überzeugt bin, dass es sich um eine reine Illusion handelt, dass es da absolut und rein gar nichts gibt und ich mir alles wirklich nur einbilde, und wenn diese Verneinung eine kategorische ist, dann wird die sofortige Wirkung sein, dass meine Angst sich auflöst. Wenn das der Fall ist, müssen wir uns fragen, was wird eigentlich verneint? Was ist wovon leer? Nach den Schriften ist Leerheit die Abwesenheit des Objekts der Verneinung, in unserem Fall die Abwesenheit des Objekts unserer Angst. Dies ist jedoch noch keine vollständige Erklärung. Wir müssen der Sache weiter nachgehen und versuchen zu verstehen, was das Objekt der Verneinung tatsächlich ist. Der Schlüssel dazu liegt darin, wie wir die Bedeutung von Atman selbst im Zusammenhang mit Anatman, nicht selbst, verstehen. Je nachdem, wie man die Lehre Buddhas von Anatman philosophisch interpretiert, wird es in der Art, wie man das erkennt, was hier verneint wird, Unterschiede geben. In den Schriften des Buddhismus werden bezüglich der Identität des Atman als einem Objekt der Verneinung unterschiedliche Stufen der Feinheit beschrieben. Auf einer Stufe wird der Atman oder das Selbst zum Beispiel als substanziell wirklich existent erkannt, als eine uns innewohnende Seele. In diesem Zusammenhang bedeutet Anatman die Verneinung einer substanziell wirklich existierenden, unabhängig wirkenden oder ewigen Seele. Dann gibt es die Auffassung der Chittamatra-Schule, für die die grundlegende Unwissenheit nicht der Glaube an eine substanzielle, unabhängige und ewig existierende Seele ist, sondern der Glaube an die Wirklichkeit der materiellen Welt. Die grundlegende Unwissenheit besteht für sie in dem Irrgenglauben an die Dualität von Geist und Materie. Und entsprechend ist genau dieser Glaube, diese Ansicht, das Objekt der Verneinung im Hinblick auf Anatman. Weiter gibt es das Verständnis der Leerheit entsprechend der Matjamika-Svatantrika-Schule. Obwohl gemäß dieser Schule die Phänomene als Resultat von Ursachen und Umständen entstehen und ihre Art des Bestehens in der einen oder anderen Weise von unserer Wahrnehmung abhängig ist, gibt es doch eine gewisse Wirklichkeit, die Dingen und Ereignissen innewohnt. Was in dieser Schule verneint wird, ist die Auffassung, dass Objekte unabhängig vom wahrnehmenden Bewusstsein existieren. Das ist das Verständnis der Leerheit in dieser Schule. Aus der Sicht der Matjamika-Prasankiger-Schule ist das jedoch nicht die letztliche Bedeutung der Unterweisung Buddhas über Anatman. Solange wir die Vorstellung nicht entlarvt und nicht beseitigt haben, dass Dinge und Ereignisse eine wie auch immer geartete, innewohnende Existenz haben können, dass sie aus sich selbst heraus bestehen können, greifen wir weiterhin nach ihnen, als seien sie real, als existierten sie wirklich und in unabhängiger Art und Weise. Daher verneint diese Schule jede innewohnende Existenz und Identität und macht dies als die wahre Bedeutung der Leerheit geltend. Trotz solcher Unterschiede betonen alle vier philosophischen Schulen des Buddhismus gleichermaßen, wie wichtig es ist, sicherzustellen, dass unsere Verneinung die Wirklichkeit der konventionellen Welt unserer erlebten Erfahrungen nicht ebenfalls verneint, während wir versuchen, dem Greifen nach dem Innewohnenden selbst entgegenzutreten. Allen ist das Verständnis gemein, dass Kausalität und die Funktionsweise des Karmas im Zuge der Verneinung nicht mitverneint werden dürfen. Es scheint, als wäre die Herangehensweise der Matiamika-Prasankika-Schule die erfolgreichste, weil sie eine gründliche und vollständige Verneinung des Selbst zulässt und gleichzeitig sicherstellt, dass die Welt des abhängigen Entstehens und des Karmas nicht zerstört, sondern im Gegenteil bekräftigt wird. Der mittlere Weg In dem Text Grundlegende Abhandlung über den mittleren Weg des Meisters Nagarjuna gibt es eine sehr wichtige Stelle, wo es heißt, das, was in Abhängigkeit entstanden ist, nenne ich Leer. Das wiederum wird in Abhängigkeit benannt. Damit ist Folgendes gemeint. Was auch immer in abhängiger Weise entsteht, ist Leer in einem letztlichen Sinn. Und das, was wir wiederum in Abhängigkeit benennen, sind nichts anderes als leere Phänomene. Die Tatsache, dass Dinge und Ereignisse in abhängiger Weise benannt werden, impliziert, dass sie nicht nicht existent sind. Sie sind nicht einfach rein nichts. Wenn also ein Verständnis des abhängigen Entstehens mit einem Verständnis der Leerheit kombiniert wird, ermöglicht dies eine Person, den mittleren Weg zu beschreiten, der so genannt wird, weil er von den Extremen des Eternalismus, Absolutismus wie auch des Nihilismus frei ist. Die Formulierung in abhängiger Weise benannt hat eine äußerst tiefe Bedeutung. In abhängiger Weise impliziert, dass Dinge und Ereignisse in Abhängigkeit von anderen Faktoren entstehen, was bedeutet, dass sie nicht in unabhängiger oder eigenständiger, absoluter Weise existieren. Dieser erste Punkt negiert Eternalismus und Absolutismus. Benannt impliziert, dass Dinge und Ereignisse nicht einfach nicht sind, nicht existieren, sondern dass sie sehr wohl existieren. Dieser Teil der Formulierung stellt sicher, dass die Wirklichkeit der Welt der Phänomene nicht verneint wird. Der Meister Buddha Palita stellt in seinem Kommentar über die Grundlagen des mittleren Weges die Frage, wenn Dinge und Ereignisse unabhängig aus sich selbst heraus existieren und unabhängig von anderen Faktoren entstehen, warum ist dann ihre Benennung abhängig? Im Zusammenhang mit diesem Punkt haben mir verschiedene Physiker erzählt, dass sie zunehmend Schwierigkeiten haben, eine Vorstellung von der Realität zu postulieren, die mit dem Verständnis der Quantenphysik bezüglich der materiellen Welt übereinstimmt. Wirklichkeit ist ein Problem sogar als gedankliches Konstrukt. Das zeigt, wie schwer es ist, die Essenz der Dinge zu finden, wenn man danach sucht. Wenn wir nun aber ins andere Extrem fallen und behaupten, alles sei reine Illusion, nichts weiter als Projektion des Geistes, dann gehen wir, genau wie die Chittamatra-Schule, in die Falle der Auffassung, dass alles nur Geist sei. Da Phänomene also nicht aus sich selbst heraus bestehen, da sie keine ihnen innewohnende Existenz besitzen, wie aber gleichzeitig auch mit der Schlussfolgerung, dass alles nichts weiter als Projektion des Geistes sei, nicht zufrieden sind, welche Alternative gibt es? Was ist der mittlere Weg? Die Antwort, die die Madhya-Mika-Schule gibt, ist, dass die Phänomene als Resultat der Ansammlung vieler Faktoren entstehen und dass sie ihre konventionelle Existenz aus der Identität erhalten, die aus der Benennung jeder Ansammlung entsteht. In den Erklärungen des Buddhismus über die Leerheit finden wir viele verschiedene Überlegungen und Begründungen, die darauf abzielen, zu einem Verständnis der Leerheit zu führen. Unter diesen werden die Begründungen, die auf einem Verständnis des abhängigen Entstehens basierend, für besonders wirkungsvoll gehalten. Ich persönlich halte die Schriften der Meister Buddha Palita und Chandra Kirti für entscheidend, wenn man ein wirklich tiefes, fundiertes Verständnis des abhängigen Entstehens gewinnen möchte. Ein Großteil meines eigenen Verständnisses und natürlich auch meiner jetzigen Ausführungen beruhen auf den Ausführungen von Lama Je Tsongkapa, dessen Darlegungen wiederum stark auf Chandra Kirtis und Buddha Palita Studien der Werke Nagarjunas beruhen. In fast allen kritischen Punkten bezieht er sich auf die Kommentare dieser beiden großen Meister. Wenn ich die Grundlagen des mittleren Weges des Meisters Nagarjuna studiere, verbinde ich Kapitel 23 über die zwölf Glieder des abhängigen Entstehens mit Kapitel 18 über Anatman. Dieses letztgenannte Kapitel zeigt auf, dass der Vorgang des Greifens nach etwas Ewigem, nach einem ewigen Prinzip oder einer substanziellen, wirklich existierenden Seele uns an nicht erleuchtetes Dasein kettet. Weiter zeigt es, wie die Verneinung von Atman und die Beseitigung des Greifens danach zur Befreiung führen. In erster Linie zeigt es jedoch, wie wichtig es ist, ein Verständnis der Leerheit zu gewinnen. Das Studium dieser beiden Kapitel verbinde ich mit Kapitel 24, in dem Nagarjuna eine Reihe von Einwänden der sogenannten Wirklichkeitsschulen des Buddhismus, der Vaibashika- und Sautrantika-Schule, vorwegnimmt. Der Kern ihrer Einwände könnte folgendermaßen zusammengefasst werden. Wenn es keine wahre Realität gibt, keine den Dingen und Ereignissen innewohnende wahre Existenz und Identität, dann existiert nichts. Daraus folgt, dass es keine vier edlen Wahrheiten geben kann. Gibt es keine vier edlen Wahrheiten, gibt es auch keine drei Kostbarkeiten. Wenn es keine drei Kostbarkeiten gibt, kann es keinen Pfad zur Erleuchtung geben. Nagarjuna widerlegt sie mit ihren eigenen Einwänden. Er sagt ganz im Gegenteil. Wenn Dinge wahre Existenz hätten, dann würden die Schlussfolgerungen, die die Wirklichkeitsschulen aus seinen Begründungen ziehen, auf ihre eigenen zutreffen. Das heißt, dass die vier edlen Wahrheiten nicht existieren würden, wenn Dinge wahre Existenz besäßen. Dann könnten Ursachen auch keine Wirkungen erzeugen. Das Hauptanliegen dieses Kapitels ist aufzuzeigen, dass das, was Meister Nagarjuna mit Leerheit meint, nicht einfach ein reines Nichts ist oder ein Nicht-Existieren. Leerheit sollte bezüglich der abhängigen Natur der Wirklichkeit verstanden werden. Weil Phänomene in Abhängigkeit entstehen, sind sie leer oder frei davon, unabhängig zu existieren. Ein tibetischer Meister aus Amdo namens Lodre Gyatso hat diesen Punkt in einem wunderschönen Vers beschrieben. Er sagt, dass Leerheit in diesem Zusammenhang nicht die Abwesenheit von Funktionsfähigkeit bedeutet. Was bedeutet es dann? Es bedeutet das Leersein von einer wahren oder absoluten Art des Existierens. Abhängiges Entstehen hat nicht wahre Existenz oder Identität zur Folge, sondern bringt die illusionsgleiche Realität der Phänomene mit sich. Wenn man die Bedeutung von Leerheit und abhängigem Entstehen erfasst, kann man gleichzeitig Leerheit und Erscheinung auf ein und dasselbe Objekt bezogen, ohne jeden Widerspruch postulieren. Weiter erklärte dieser Meister, dass alle philosophischen Schulen von sich behaupten, das Extrem des Eternalismus und Absolutismus zu vermeiden, indem sie über eine Art Leerheit sprechen und dass sie das Extrem des Nihilismus vermeiden, indem sie über Ebenen der Realität der Phänomene sprechen. Er zeigt jedoch, dass alle Formen von Anhaften erst dann überwunden werden, wenn man den Vorgang umkehrt. Das entspricht der Madhyamika-Prasangika-Schule, nach der eine Person vom Greifen nach Absolutem befreit wird, wenn sie das Erscheinen versteht und vom Extrem des Nihilismus, wenn sie die korrekte Bedeutung der Leerheit versteht. Die Madhyamika-Schulen Wie bereits erwähnt, gibt es innerhalb der Madhyamika-Schule selbst zwei unterschiedliche Auffassungen der Leerheit. Und ich habe kurz erklärt, wie sich das Verständnis der Madhyamika-Prasangika-Schule von dem der Madhyamika-Svatantrika-Schule unterscheidet. Die Schriften des Meisters Bhava Viveka, einem Hauptschüler Nagarjunas, stellen die Grundlage für diese unterschiedlichen Auffassungen dar. Er unterzieht die Wirklichkeitsschulen einer kritischen und äußerst genauen Prüfung und kritisiert gleichzeitig Budapalitas Verständnis der Schriften Nagarjunas. Dadurch wird sein eigener Standpunkt deutlich. Im Wesentlichen ist er der Ansicht, dass sie, obwohl sie absolute Existenz verneinen, doch eine Art wahrer und objektiver Wirklichkeit in Dingen und Ereignissen akzeptieren, was von Meistern der Madhyamika-Prasangika-Schule wie Chandrakirti vollständig zurückgewiesen wird. Obwohl Chandrakirti, Budapalita und Bhava Viveka große Schüler des Meisters Nagarjuna waren, gibt es einen grundlegenden Unterschied in ihrem jeweiligen Verständnis von Nagarjunas philosophischer Auffassung der Leerheit, aufgrund dessen tibetische Gelehrte innerhalb der Madhyamika-Schule zwei Richtungen unterscheiden, die als Svatantrika und Prasangika bezeichnet werden. Diese beiden Richtungen unterscheiden sich auch hinsichtlich ihrer Methode. Die Richtung der Prasangikas legt viel größeres Gewicht auf sogenannte schlussfolgernde Begründungen oder Schlussfolgerungen, die der Methode der Reductio ad Absurdum ähneln, wo nicht so sehr Begründungen eingesetzt werden, um eine Behauptung zu bekräftigen, sondern wo man bemüht ist, die Unstimmigkeiten und Widersprüche in der Auffassung des Anderen zu entlarven. Die Vertreter der Madhyamika-Svatantrika-Schule dagegen neigen zu syllogistischen Begründungen, um ihren Standpunkt durchzusetzen. Es gibt einen weiteren grundlegenden Unterschied zwischen Bhava Viveka und Chandrakirti, der die Art und Weise betrifft, wie wir mit unseren Sinnen materielle Objekte wahrnehmen. Bhava Viveka zufolge ist es korrekt zu behaupten, dass eine visuelle Wahrnehmung uns als objektiv erscheint, wenn sie auftritt, weil er akzeptiert, dass Dinge eine gewisse Objektivität besitzen, die auf Wahrnehmung projiziert wird. Das wird von der Madhyamika-Schule Chandrakirtis völlig abgelehnt. Der Hauptunterschied zwischen den beiden Richtungen besteht also klar darin, ob innewohnende wahre Existenz in irgendeiner Form akzeptiert wird oder nicht. Anwendung des Verständnisses der Leerheit Ein korrektes Verständnis dieses subtilen Punktes ist wegen seiner Implikationen bei der Interpretation unserer persönlichen Lebenserfahrung wichtig. Wenn starke Emotionen wie Wut oder Begierde in uns entstehen, werden wir, wenn wir die Erfahrung dieser Emotion untersuchen, erkennen, dass sie auf einer Annahme basiert, nämlich der Annahme, dass es irgendwo da draußen etwas gibt, das objektiv und wirklich existiert. Daran halten wir fest und projizieren erstrebenswerte und nicht erstrebenswerte Eigenschaften darauf. Je nachdem, welche Eigenschaften wir projizieren, fühlen wir uns zu einer Sache oder Person hingezogen oder davon abgestoßen. Starke emotionale Reaktionen verleiten deshalb zu der Annahme einer irgendwie gearteten, objektiven Wirklichkeit. Wenn wir allerdings begreifen, dass es diese wahre Realität von Dingen und Ereignissen gar nicht gibt, werden wir sicher sofort verstehen können, dass den Emotionen jegliche gültige Grundlage fehlt, wie stark und real sie sich auch anfühlen mögen. Sie werden unhaltbar, sobald man erkannt und verstanden hat, dass sie auf einer falschen Annahme bezüglich der Wirklichkeit beruhen. Ist andererseits unser Verständnis der Leerheit nicht sehr tief, das heißt, solange es uns noch nicht geglückt ist, die spontane Auffassung von innewohnender Existenz und Identität vollständig zu verneinen, werden wir Emotionen gegenüber natürlich keine eindeutige Stellung beziehen können. Wir werden stattdessen das Gefühl haben, dass sie doch irgendwie gültig oder zu rechtfertigen sind. Hat man ein gewisses Verständnis der Leerheit entwickelt, auch wenn es zunächst ein intellektuelles ist, gewinnt man dadurch eine neue Einstellung gegenüber Dingen und Ereignissen und kann einen Vergleich mit den bisher gewohnten Reaktionen anstellen. Man stellt fest, dass man ständig irgendwelche Eigenschaften auf die Welt projiziert, dass vor allem die meisten unserer starken Emotionen aus der Auffassung entstehen, etwas sei real, was in Wirklichkeit gar nicht real ist. Mithilfe solcher Erfahrungen gelingt es einem nach und nach, ein Gefühl für die Unvereinbarkeit zwischen der Art und Weise, wie wir Dinge wahrnehmen und wie sie wirklich existieren, zu entwickeln. Der Schluss, den wir daraus ziehen können, ist der, dass die starken Emotionen, die unseren Geist in Unruhe versetzen, aus dieser grundlegenden Verwirrung entstehen, die uns alles als real und aus sich selbst heraus unabhängig existierend verstehen lässt. Zusammenfassend können wir also sagen, dass leiterzeugende Emotionen und Gedanken keine gültige Grundlage haben, weder in unseren Erfahrungen noch in der Wirklichkeit noch in der Vernunft. Im Gegensatz dazu wurzelt unser Verständnis der Leerheit nicht nur in der Vernunft, sondern es gründet auch auf Erfahrung. Es hat eine gültige Grundlage. Außerdem stellen unser Verständnis der Leerheit und unser Greifen nach der Wirklichkeit der Dinge Gegensätze dar und schließen sich daher gegenseitig aus. Da sie gegensätzliche Kräfte darstellen und angesichts der Tatsache, dass die eine Kraft eine gültige Grundlage besitzt, die andere jedoch nicht, können wir schlussfolgern, dass wir, je mehr wir unser Verständnis der Leerheit vertiefen und je stärker unsere Erkenntnis wird, unsere getäuschten Emotionen, desto mehr durchschauen und diese in der Folge umso schwächer werden. Wir erkennen, dass starke, leiterzeugende Emotionen und Gedanken sowie die Grundlage, auf der sie entstehen, nämlich die Unwissenheit, abgeschwächt werden können und dass die Einsicht in die Leerheit gestärkt werden kann. Befreiung In unserer Untersuchung sind wir nun an einen Punkt gelangt, wo es denkbar ist und wir uns vorstellen können, dass die Macht der Verblendungen und der Unwissenheit abgeschwächt werden kann. Dennoch bleibt die Frage, ob sie sich tatsächlich voll und ganz beseitigen und aus unserem Geist entfernen lässt. Hier sind einige Stellen aus dem Uttara-Tantra von Maitreya hilfreich, wo es heißt, dass unserem Bewusstsein das Potenzial zu erkennen und zu wissen inne wohnt und dass dies eine natürliche Eigenschaft unseres Geistes ist, wohingegen alle Faktoren, die Leid im Geist erzeugen, nicht Teil der Natur des Geistes sind. Geistiges Leid ist nicht Teil der Natur des Geistes und wird daher als der Natur des Bewusstseins fremd bezeichnet. Wenn also die Rede davon ist, dass wir die vollkommene Weisheit eines erleuchteten Wesens, eines Buddhas, erlangen können, sollten wir nicht denken, dass wir Eigenschaften entwickeln müssten, die nicht schon in uns angelegt wären oder dass wir sie uns von irgendwo außerhalb besorgen müssten. Vielmehr müssen wir die vollkommene Weisheit eines erleuchteten Wesens als ein Potenzial verstehen, das nur zu entwickeln ist. Die Verdunklungen unseres Geistes verhindern, dass dieses Potenzial, das unserem Bewusstsein inne wohnt, natürlich zum Ausdruck kommt. Es ist, als wäre die Fähigkeit, ohne Hindernisse zu wissen, in unserem Geist vorhanden, aber von Verblendungen verdeckt und verdunkelt, die ihre Entwicklung und Entfaltung behindern. Erhält unser Verständnis jedoch die Information, dass die wahre Natur des Geistes klar und erkennend ist, können wir uns vorstellen, dass sich diese leiterzeugenden Faktoren vollständig eliminieren lassen. Um kurz zusammenzufassen. In den Ausführungen haben wir mittels einer konzeptuellen Vorgehensweise untersucht, ob es möglich ist, Befreiung zu erlangen oder nicht. Wenn wir also davon ausgehen, dass Befreiung möglich ist, wie sollen wir sie verstehen? In den Schriften wird Befreiung durch vier Eigenschaften charakterisiert. Die erste Eigenschaft beschreibt sie als die wahre Beendigung der Kontinuität des Leids. Die zweite als wahren Frieden, einen Zustand vollkommener Ruhe, in dem die Person vollständige Freiheit von den Verdunklungen des Geistes erlangt hat. Die dritte als vollständig befriedigend, weil man die höchste Zufriedenheit erlangt hat. Und die vierte beschreibt sie als endgültiges Heraustreten, weil man definitiv und endgültig aus dem Kreislauf nicht erleuchteter Existenzen herausgetreten ist. Zufriedenheit 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 Untertitelung des ZDF, 2020